Hallo und Willkommen zurück zu Minecraft. Wir hatten ja hier die Glasfront eingezogen. Und jetzt wollte ich mal... Ach, da ist noch mehr Glasofen. So, die 15 wachte ich jetzt noch ab, den einen. Das nehmen wir jetzt mal raus, dann tun wir da mal das Eisen gerade rein. So, dann machen wir da... Ach, ich tue das rein. Glas jetzt mal hier in die Truhe, das brauchen wir jetzt nicht. Die Erde brauchen wir auch nicht, der Sand kann auch wieder weg. Ach, äh, Moment. Das Zuckerrohr kann weg. Ach, jetzt habe ich doch so ein verrottetes Fleisch, das schmeiße ich einfach mal weg. So, hier wachten wir jetzt noch das Eisen ab. So, und zwar will ich jetzt, wenn es wieder Tag ist, ein paar Schafe suchen, damit wir nachts schlafen können und nicht hier rumstehen. So, da ist das Eisen, ich dachte, ich decode lieber auch mit. Dann kommt das Eisen wieder weg. So, und vielleicht finden wir auch ein paar Kühe. So, dann machen wir uns mal eine Lederrüstung. Schöne natürlich. Stahl 1 T. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung. Obwohl, ich habe nur noch ein Herz. Da weiß ich doch... Bis im Tag ist noch... Ah, ich habe gerade eine Idee, was wir vielleicht... Oder was ich gerade noch machen könnte. Und zwar, zack. Ein paar Holzstiefchen. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das... Ach, da noch ziemlich kein Trammer. Ich hätte nur noch eine Kotelett warten können. 1, 2, 3... Ah, die 3 zu wenig. Das macht ja nichts. 1, 2 und 3. Na gut, dann 6 Stiefchen. Die 3 Holzstiefchen. Die 3 Holzstiefchen. Eigentlich auch hier lassen. Und dann nur noch 1, 2 und 3. Können wir das hier vielleicht später mal... Gegen irgendetwas austauschen. Und nur mal ganz kurz.